Herzlich willkommen Leute, heute ein sehr schwieriges Thema und zwar wollte ich aber mal ein Video darüber machen und vorweg muss ich mich natürlich entschuldigen für die ganzen Leute, denen ich jetzt auf die Füße trete, weil ihr vielleicht Veganer seid und ihr habt selbst Pferde und reitet auf den Pferden und haltet Pferde und so. Ich weiß ja, einige Zuschauer von mir machen das und sind Veganer und da tut es mir sehr, sehr leid, aber ich bin nun mal genau der Mensch, der, ja, ich sage das, was ich denke, ja, ob euch das irgendwie nicht gefällt oder gefällt, ja, das ist, da kann ich nichts dafür, ja, ich werde immer die Wahrheit sagen, es ist egal, wie viele Leute dann deabonnieren, was auch immer, ja, interessiert ja nicht. Von daher ist das, ja, wollte ich euch nur sagen, ja, dass das, so, dass mein Kanal so läuft und ich so bin, dass ich immer die Wahrheit sage und wenn euch das nicht gefällt, dann kann man da nichts machen. Wollte ich nur mal vorweg sagen, weil ich weiß, da wird dann wieder, ja, Schüttstorm losbrechen, aber auf jeden Fall kann man nichts machen. Allgemein eine Idee für alle Menschen nochmal, vielleicht hat da einfach, haben viele Veganer von euch auch einfach noch nie daran gedacht, dass alles, was man mit Tieren macht, ist falsch, ja. Wenn ihr draußen irgendwo, oder ihr guckt einen Film oder sowas und da ist irgendwie so eine Karawane in der Wüste, da sind irgendwelche Esel und die haben irgendwie solche Heuballen an den Seiten, wisst ihr, ne, hängen so und dann geht der Esel so, dann ist das falsch, versteht ihr, weil der Esel möchte das nicht tragen. Man zwingt ihn dazu, er hat keine Wahl. Genauso ist das bei den Pferden, die ihr draußen irgendwie seht, auf denen irgendwelche Frauen reiten oder irgendwelche Kutschen oder sowas, das ist immer Tierquälerei, ja. Warum? Weil das Pferd das nicht will und beim Pferd ist das nun mal so eine Sache, ne, das ist, denke ich, etwas, wo die Menschen überhaupt nicht drauf kommen, die haben einfach noch nie drüber nachgedacht, dass das Pferd das vielleicht nicht will und was man da mit dem Pferd eigentlich macht und von daher wollte ich hier dieses Thema mal ansprechen und erklären, warum es falsch ist, okay. Von daher, Leute, Pferde, okay, Pferdereiten ist Tierquälerei, ja, das muss man verstehen. Nicht du, nicht das Pferd hat sich entschieden, dass Menschen auf ihm reiten, sondern der Mensch hat es entschieden, auf einem Pferd zu reiten, ja, weil der Mensch nun mal, da ist ein Pferd da, man kann sich draufsetzen, das Pferd sagt nicht, es will es nicht, weil es nicht reden kann, ne, deswegen tötet man auch Tiere, 150 Milliarden Tiere pro Jahr, weil die Tiere nicht sagen können, ich will das nicht. Und stellt sich der dumme Mensch einfach davor und sagt sich, ich habe hier ein Messer, ich steche das jetzt in dich rein und das Tier sagt nicht nein, okay, dann steche ich in dich rein. Deswegen nennt man auch Veganer wie mich zum Beispiel die Stimme für die Stimmlosen, ne, weil ich mich halt für die Stimmlosen einsetze, den Menschen mal ein bisschen so klok, klok, klok an den Kopf, ne, klopfe und sage, hallo, das Tier kann nicht reden, würde es reden, würdest du es nicht töten, aber es kann nicht reden, deswegen sollst du es trotzdem nicht töten, weil das Tier will nicht sterben, okay. Und das gleiche ist halt bei Pferden, Pferde wollen in Freiheit leben, das ist extrem wichtig, so wie jedes andere Tier auf der Welt auch, so wie jedes Lebewesen auf dieser Welt frei leben will, es will draußen das machen, was es machen will, ohne dass irgendjemand es beeinflusst in seinen Handlungen, okay. Genau wie der Mensch frei leben will, du willst auch nicht irgendwo leben, wo du einen bestimmten kleinen Platz hast, wo du dich nur bewegen kannst und du musst nur, du darfst nur etwas machen, was dir gesagt wird, ne, das ist ein Gefängnis, der Mensch möchte frei sein und rausgehen können und machen und tun und machen, was er möchte, okay. Und bei den Tieren, denen nimmt man halt diese Freiheit weg, weil die Erde ist nun mal die Hölle für die Tiere, ne, wenn man mal richtig drüber nachdenkt. Pferde sind Herdentiere, sie leben in der Natur nur in großen Herden zusammen, habt ihr schon mal Bilder gesehen, ne, wenn man wilde Pferde sieht, die laufen so in der Landschaft, ne, komplett ohne Einfluss des Menschen, die haben keine Hufen, die haben kein Zaumzeug und gar nichts, ja, und da reitet auch keiner auf denen, das sind halt freie Tiere, genauso wie es sein sollte. Und dann natürlich die Sache, ja, die drei Sachen, die man mit Pferden macht, die Tierquäle reisen, das ist erstens natürlich das Reiten, das ist zweitens Hufeisen und das ist drittens das Zaumzeug, was man dem Pferd anlegt. Und das ist halt das Allerübelste überhaupt, aber gehen wir erstmal auf die Hufeisen ein. Hufeisen schaden dem Tier und zwar, das Tier tritt mit Hufeisen ganz gerade auf den Boden auf, weil es ist ja gerade, ja, das tritt ganz gerade auf, normalerweise rollt das Tier ab, genau wie der Mensch, du rollst ja beim Treten ab, du trittst nicht ganz gerade auf den Fuß immer, sondern du rollst ein bisschen ab. Man sollte auch niemals komplett auf der Ferse gehen, weil dann stört man seine Nachbarn ziemlich. Ich gehe zum Beispiel auf Mittel- bis Vorderfuß eher, ich gehe lautlos und so rollt ein Pferd von Natur aus eigentlich ab, es sei denn, man geht hin und schlägt ihm da so ein Stück Eisen da dran und dann, ja, macht man dem Tier Schaden damit, okay. Es wird auch erzählt, dass es dem Tier auch dann wehtut, also dass er es spüren kann, aber das weiß ich jetzt nicht genau, aber auf jeden Fall ist es trotzdem falsch, ja, gehören da, wenn da irgendwie die Hufeisen dran gehören, dann wäre das Tier damit geboren worden oder hätte es von Anfang an irgendwas da an den Füßen gehabt, wenn es das bräuchte. Nein, das wird vom Menschen gemacht, ja, dann geht man zum Tier hin und macht etwas mit dem Tier und das ist natürlich fatal falsch. Es rollt nicht mehr ab, es federt nicht mehr, ne, weil das tritt nur noch auf ein Stück Metall. Oder ein Stück Eisen und von daher ist das absolut schlecht für das Tier, Hufeisen. Dann der nächste Punkt, Zaumzeug im Maul des Tieres schadet dem Tier enorm, falls das jemand nicht weiß, das ist ja ein Stück, das du im Mund hast, das ist ja so, ne, im Mund, das hat ja so ein Teil im Mund und das ist, das schädigt dem Tier und das hat nichts verloren. Ein Tier hat da kein Zaumzeug zu tragen im Gesicht, versteht ihr? Ja, und das hat auch nichts an den Hufen zu haben und das hat auch nicht irgendeinen Teil auf dem Rücken zu haben, wo man sich draufsetzen kann. Ja, das ist alles Tierquälerei, Leute, ja. Ich weiß, ihr hört hier, viele von euch hören das jetzt zum ersten Mal, aber es ist einfach so und wenn man mal, na, ein bisschen selbst drüber nachdenkt, hat man vielleicht noch nie gemacht, von daher ist das Video so wichtig. Wir switchen mal einfach rein, ich habe hier ein paar Bilder vorbereitet, das ist zum Beispiel Tierquälerei, ja, warum schiebst du den Wagen nicht, warum muss das Tier das machen? Hier hat man dann ein Tier, das komplett zusammengebrochen ist, ja, es kann einfach nicht mehr, ist einfach von der Last zusammengebrochen, ist auf den Boden gefallen und ist halt völlig am Ende. Ja, das macht man halt mit Tieren, weil das Tier sagt nichts, das sagt nicht, er will das nicht, es ist erschöpft oder was auch immer, also beutet man das Tier aus. Und dann hier, da seht ihr auch Zaumzeug, seht ihr das Teil in seinem Mund, ja, da ist es drin, das geht ja durch den Mund durch und dann schneidet ihn rein, deswegen kann man das Tier sehr, sehr einfach lenken, ja, wenn man dem so einen Teil in den Mund macht und das ist halt auch ein Tier, das schon völlig am Ende ist. Und, ja, so sehen die Tiere dann aus, wenn die völlig ausgenutzt wurden, bis zum Geht nicht mehr und, ja, so sterben die Tiere dann auch. Hier ist noch, noch so einer, noch so ein Bild, ja, könnt ihr schwer sehen, ne, aber das ist dann auch, ja, das wird mit den Tieren gemacht und keinem fällt auf, was irgendwie der Fehler daran ist, was daran verkehrt ist, vielleicht will das Tier das nicht, das ist verkehrt, okay, von daher, ja, warum kann ich jetzt nicht weiter, ja, okay, hier, hier sieht man dann Blut, ja, es ist am Bluten, weil der Mensch natürlich alles dafür macht, um maximal dem Tier zu schaden und, ja, hier sieht man nochmal hier das Zaumzeug, wie es im Mund hängt, könnt ihr das sehen und das ist dann die vollkommene halt Tierausbeutung, ne, das heißt Zaumzeug auf dem Rücken reiten, Hufen reingestampft in die Hufe vom Pferd und, ja, denkst du, die Polizisten, die da drauf sitzen, kommen darauf, dass das dem Tier schadet, dass es irgendwas Schlechtes ist? Glaubst du, die kommen darauf? Nie im Leben kommen die darauf. Ja, das muss man einem Menschen erst sagen, der kommt da nicht von alleine drauf. Und, ja, aber so sieht dann die Vollendung aus, wenn man dann alles falsch macht und die Tiere halt maximal ausbeutet, ne. Und dann hier, das ist dann der Gipfel überhaupt, das ist die größte Schändung von Pferden, die es überhaupt gibt, das hier ist halt die zweitgrößte Schändung, die es gibt und das ist die größte Schändung, das ist halt Reitsport. Reitsport, das ist ja ein Anti-Pferdesport, das machst du ja, oder das machst du nicht deswegen, aber Tiere sterben beim Reitsport, ja, die sterben am Platz sogar und beim Training und brechen sich das Genick und die Beine und habt ihr bestimmt schon mal gesehen, Pferde, die vorne überfallen und da gibt es immer wieder Todesfälle und das ist, ja, ein einziger Horror und dieser Sport ist dann natürlich, ja, der, das Schlimmste, was man einem Pferd überhaupt nur antun kann, ne, komplette Ausbeutung, dann auch noch auf Leistung trimmen und schnell genug und dann schlagen, damit es schneller läuft und so, aber macht man ja auch normal beim Reiten, du schlägst ja auch das Tier, wenn du reitest, ne. Auf dir sollte man mal reiten und dich schlagen, mal sehen, wie dir das gefallen würde und von daher, ja, das macht man mit Pferden, Leute. Das war mein Video zu Pferden, wollte ich euch nur mal Bescheid sagen, ich wette, viele haben noch nie dran gedacht, ich habe auch lange Zeit nicht dran gedacht, bis mir mal jemand gesagt hat, ich weiß nicht genau, wer es war, es kann sein, dass es Vegan Gains war, der sich mal aufgeregt hat, weil Pferde, der ist draußen rumgelaufen, glaube ich, und da hat Reiter gesehen und hat ihn mal darauf angesprochen, dass die Rufen schlecht für die sind und so. Da bin ich damals auf die Idee gekommen, das ist aber schon lange her und mir ist das Thema irgendwie hochgekommen und von daher, ne, wenn ihr Veganer seid, ne, dann macht ihr Tierquälerei, wenn ihr Pferde habt und Pferde, na, Pferden reitet und so weiter. Die Pferde wollen nicht geritten werden, okay, das ist absolute Tierquälerei, also lasst es sein, lasst die Tiere leben, es ist so eine einfache Grundregel fürs Leben, wie kann man feststellen, was ein Tier will, wie kann man das feststellen, es kann ja nicht reden, das kann man ganz einfach feststellen, indem man das Tier einfach Tier sein lässt. Du lässt das Tier das machen, was es möchte. Es will draußen rumlaufen, lass es draußen rumlaufen. Und greif nicht ein in das Leben vom Tier, das Tier will das nicht. Das folgt dir und frisst dir aus der Hand und macht, was immer du willst, du setzt dich drauf, es reitet mit dir, weil es keine Wahl hat, was soll es sonst machen? Ja, ganz sicher will es das nicht, es ist Belastung für das Tier, warum sollte das Tier das wollen? Ja, das ist nicht dafür gemacht, dass jemand auf dem Tier drauf sitzt und rumhopst. Okay, wirklich wünsche ich mir das immer, dass man auf Reitern mal rumhopst, dann kannst du mal auf die alle Viere gehen und dann setzt sich eine Person auf dich und dann reite mal. Meinetwegen ein Kind, aber reite mal. Also, dass du ein bisschen Belastung auf dem Rücken hast und dann kannst du mal rumlaufen und dann kannst du mal gucken, wie dir das gefällt. Stundenlang, jeden Tag, kannst du mal sehen, wie du das dann magst. Und wenn du irgendwelche Schlieren hast an den Knien oder sowas, dann hämmert man dir da irgendwas rein, ein Stück Holz oder Metall und dann tut es dir dann nicht mehr so weh, damit du weitermachen kannst. Das ist absolut fürchterlich. Von daher, Leute, lasst Tiere einfach leben, lasst leben, fasst sie nicht an, lasst sie in Ruhe. Okay, das ist eine ganz einfache Grundregel dafür. Von daher, Leute, das ist die wahre Geschichte, das ist die Realität. Und denkt mal drüber nach, wenn ihr Tiere seht, die irgendwas machen für den Menschen, irgendwas schleppen, irgendwas tragen, vergisst niemals, das ist Tierquälerei. Vergisst das niemals. Tiere sind nicht dafür gemacht, um für Menschen zu dienen und für Menschen irgendetwas zu machen, um irgendwelche Eier zu legen, um irgendwelche Milch zu geben. Ihr merkt schon selber, man beutet Tiere aus, indem man zum Beispiel die Eier klaut, die Eier ruinieren die Menschen. Menschen, die geben Milch zum Beispiel, der Mensch klaut die Milch, die Milch ruiniert den Menschen. Man kriegt immer die Quittung dafür, für das Leid, dass man macht. Alles, was man mit Tieren macht, ob du auf den reitest, ob du Reißsäcke auf die legst, die tragen lässt, Strohballen oder ob du die Milch klaust oder so, das hat immer irgendwas mit Ausbeutung, irgendwas Negatives zu tun. Du machst dem Tier immer Leid damit. Immer. Sobald sich der Mensch in das Leben vom Tier einmischt, leid. Das ist einfach eine absolute Grundregel. Der Mensch kann nicht das Tier einfach in Ruhe lassen, so wie die Tiere uns in Ruhe lassen. Die Tiere kommen nicht zu dir. Irgendwelche Igel kommen zu dir und sagen, jetzt mach mal das hier, wasch mal hier das ab oder mach mal dies, mach mal das. Irgendwas machen. Die Tiere leben für sich. Die machen einfach ihr Ding und lassen alle anderen in Ruhe. Und genauso sollte es der Mensch machen. Von daher, Leute, niemals vergessen, lasst es sein mit der Tierausbeutung. Denkt immer daran, wenn ihr seht, dass ein Tier irgendetwas machen muss, auch irgendwie ein Delfin in einem Schwimmbad macht, irgendwelche Kunststücke und sowas, wenn man sich mal damit beschäftigt, wie diese Tiere leiden, wie sie eingesperrt sind. Es ist immer das gleiche. Ausbeutung, Entzug der Freiheit, Tierleid. Es ist immer Tierleid und Tierquälerei. Immer. Sobald sich der Mensch einmischt. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Guckt ein weiteres Video.